Was bisher geschah bei One Tree Hill. Ich wurde überraschenderweise bei diesem Kochkurs in Italien angenommen. Aber wenn ich doch fahren sollte, werde ich Keith bitten, hier zu wohnen. Auf dein großes Abenteuer. Es gibt nichts, was du sagen oder tun könntest, was mich überrascht. Abgesehen davon. Ich will alles mit dir zusammen haben. Ich will einfach alles. Wieso konntest du es nicht einfach so lassen? Nein, danke. Ich habe keine Lust auf Beziehungsstress. Ich will Spaß haben, okay? Das trifft sich gut. Ich habe uns eine Einladung für eine Party im Juke besorgt. Was hast du in Ihren Drink getan? Du solltest dafür beten, dass es dir bald wieder gut geht. Du kannst gern ein bisschen schlafen. Ich werde zu lange aufpassen. Ich würde mich gern noch unterhalten, wenn es dir nichts ausmacht. Von mir aus gerne. Lucas, es tut mir leid. Was denn? Alles Mögliche.